Sau mal Lappen, warum knallst du so ne astreine Bar von oben bis unten mit diesem bescheuerten Sierra-Buddeln-Zug? Das ist ja voll der Horror! Na, weil ihr Jungs das Zeug so gerne mögen! Na, hat er recht! Als wenn das ein Grund wäre! Ich bin Asthiet! Hi Voice! Na, wenn ich ehrlich bin, Lappen 1er Ausschnackung recht hübschiger, was Rudi immer zu meckern hat! Hä? Sierra Tequila!